Ja hallo, Marco hier wieder vom Mastermind Treffen in Bad Dürkheim. Runde 3 schon, ja Runde 3, wieder sehr intensives Training, war wieder klasse von allen Themenbereichen. Was mich diesmal so begeistert hat, war einfach, dass wir noch mehr ins Detail gegangen sind. Dieses Thema mit der Wertschätzung, mit dem Urvertrauen zu haben, mit Redewendungen, auch rhetorische Geschichten waren dabei. Es ging ums Geld, was natürlich auch immer ein wichtiger Punkt ist, bei allen Belangen. Im Prinzip weiß ich jetzt gar nicht alles so im Detail nochmal einzuschätzen, was jetzt wirklich der Knackpunkt war. Ich fand es diesmal wirklich richtig, richtig klasse. Für mich ein super tolles, intensives Training, wo ich wieder viel gelernt habe. Und das natürlich auch wieder alles umsetzen kann. Und ich freue mich schon aufs vierte Treffen, wann auch immer das jetzt sein wird. Wir werden es ja gleich noch regeln. Und ja, macht einen riesen Spaß und ich kann alle, wie gesagt, einladen, da auch mal teilzunehmen, weil das ist eine super tolle Entwicklung, die man hier mitmacht. Und was da in einem halben Jahr schon bei mir passiert ist, super, Dankeschön, war toll.